Ich lass mich nicht verarschen! Nein! Was ist das? Ich kann ihn nicht aufmachen! Andreas! Andreas! Ich freu jetzt keine Scheiße! Der Notruf ging um 3.47 Uhr ein. Wir haben ein Problem. Es gab einen Arbeitsunfall. Tödlich. Da stinkt was gewaltig. Anna Green ist eines der erfolgreichsten Unternehmen in Dänemark. Unsere Ideologie, dass in Zukunft weltweit nur noch nachhaltige Energie genutzt wird. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir denken wie sie. Wir folgen also dem Geld. Claudia ist unsere neue Chefjuristin. Bilde dir nie wieder ein, mehr wissen zu müssen, als ich dir mitteile. Hast du verstanden? Ja. Was in diesem Unternehmen vor sich geht, ist hochkriminell. Es ist geschickt gemacht, aber es ist alles Betrug. Sie behaupten, der Insiderhandel hätte grünes Licht von ganz oben bekommen. Ich bin der, der alles durchwühlt, was du je in den Fingern hattest. Ich bin der, der mit allen Kräften dafür sorgen wird, dass du beruflich für alle Zeit erledigt bist. Die werden sie jagen, bis sie rausgefunden haben, wer sie sind. Und dann? Dir ist das egal. Du hast doch einen kleinen Jungen, oder? Soll er seine Mutter im Knast besuchen? Du hältst ihn sie knappe, Ulrich. Uns trifft keinerlei Schuld. Sir Green darf nicht davon kommen. Uns beiden kann auf gar keinen Fall was passieren, klar? Ja. 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 Ja.